Willkommen bei der NetSuite Suite Success Demonstration des Procure2Pay Prozesses. In dieser Demonstration erstellen wir eine Bestellung, anschließend erhalten wir den Artikel und erstellen einen Artikelbeleg. Von dort aus erstelle ich die Rechnung und führe die Bezahlung durch. Ich bin in der Rolle Einkauf bei NetSuite angemeldet. Dies ist mein vorkonfiguriertes Dashboard, das speziell für die Rolle Einkauf erstellt wurde. Es enthält Erinnerungen, Shortcuts und wichtige Kennziffern, die für die Ausführung meiner Aufgaben erforderlich sind. Ich kann Erinnerungen für Elemente anzeigen, bei denen ich Maßnahmen ergreifen muss. Von meinem Start Dashboard aus navigiere ich zum Formular Bestellung eingeben. Hier wähle ich meinen Lieferanten, den Standort und wähle die Artikel über das Dropdown Menü in der Artikelzeile der Bestellung aus. Dann kann ich die verschiedenen Artikel auswählen, die ich kaufen möchte. Ich wähle den Artikel Dell Laptop aus. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche hat NetSuite automatisch eine Bestellung für dieser Artikel ohne manuelle Dateneingabe erstellt. Die Bestellung wird automatisch an den Lieferanten gesendet, wie im Lieferantendatensatz angegeben. Dabei handelt es sich in der Regel um eine E-Mail. Sie können die Artikel direkt von der erstellten Bestellung erhalten, aber wir können auch Shortcuts zu denselben Informationen im Dashboard finden. Nachdem ich weitere Artikel bestellt und eine neue Bestellung erstellt habe, wird diese in meinem Erinnerungsportlet unter Offene Bestellungen angezeigt. Wenn ich mehrere Bestellungen erhalten möchte, kann ich diese über diese Erinnerung in großen Mengen erhalten. Schauen wir uns jedoch zunächst die soeben erstellte Bestellung an. Hier kann ich die Artikel im Zusammenhang mit dieser Bestellung anzeigen und diese Artikel direkt durch die Bestellung erhalten. Auf dem Artikel Beleg kann ich den Ort und die Menge der Artikel auswählen, die ich erhalten möchte. Bei unvollständiger Lieferung kann ich Teilbelege erstellen. Auf diese Weise kann ich kontrollieren, was ich erhalte und die Lagebestände an meinen Standorten auf dem neuesten Stand halten. Nachdem wir diese Bestellung erhalten haben, übernehme ich die Rolle Finanzwesen, um die Rechnung und die Zahlung des Lieferanten zu verarbeiten. Mein Dashboard in der Rolle Finanzwesen unterscheidet sich von der Rolle Einkauf, da ich unterschiedliche Aufgaben und Kennzahlen habe, die für mich relevant sind. Ich habe eine andere Liste mit Erinnerungen, einschließlich Bestellungen fakturieren, Kundenrechnungen ausstellen und Ausgangsrechnungen überfällig. Auf diesem Bildschirm kann ich mehrere Rechnungen erstellen oder nur eine auswählen. Beachten Sie, wie NetSuite die Datenverarbeitung optimiert und die Informationen weiterleitet, anstatt mich zu zwingen, alle Informationen neu einzugeben. Wenn ich dies speichere, wird eine Eingangsrechnung erstellt und mein Bericht Fälligkeitsalter Verbindlichkeiten wird in Echtzeit aktualisiert, um die neue Rechnung wiederzuspiegeln. Mein Dashboard wird ebenfalls aktualisiert. Bei einer genaueren Betrachtung meines aktuellen Berichts Fälligkeitsalter Verbindlichkeiten kann man die Eingangsrechnung einsehen. Wie Sie den Bericht entnehmen können, kann ich direkt in die Detailebene gehen. Alle Berichte in NetSuite können bis auf die tiefste Ebene untersucht werden, sodass ich noch weiter zu der Quelltransaktion aus diesem Bericht gehen kann. In NetSuite gibt es mehrere Möglichkeiten, Eingangsrechnungen zu zahlen. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Zahlung direkt von der Eingangsrechnung selbst auszuführen. Beachten Sie, wie ich eine große Anzahl an Sammelrechnungen gleichzeitig bezahlen kann, aber ich werde jetzt nur die spezifische Transaktion verarbeiten, mit der wir gearbeitet haben. Die Eingangsrechnung ist nun bezahlt. Abschließend möchte ich einen Blick auf den Lieferantendatensatz werfen, um einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten für Carbon AG zu erhalten. Aus dem Lieferantendatensatz kann ich die gesamte Transaktionshistorie abrufen, indem ich auf die Unterregisterkarte Lieferant 360 klicke und auf Informationen, wie die Lieferantenscorecard zugreife, auf der die Gesamtzahl meiner Bestellungen, ihr Wert, die durchschnittliche Anzahl an benötigten Tagen, um diese zu erhalten und wie oft die Sendungen pünktlich eintreffen, aufgeführt sind. Sie haben Anzeigeoptionen wie offene Bestellungen, offene Rechnungen und Gutschrift, Topkaufartikel, zurückgegebene Artikel und sogar verspätete Bestellungen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Demonstration angesehen haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager.